Herzlich Willkommen bei Ram Unbox. Heute habe ich für euch dabei die Single Feuerfrei aus dem Jahre 2002. Genaues Datum der Veröffentlichung ist der 14. Oktober 2002 und mit euch gemeinsam möchte ich die Single einmal anschauen. Ja, erstmal der Song Feuerfrei ist ja bekannt aus dem Kinofilm und unter uns Rammsteinfans sowieso bekannt. Ja, hier haben wir dann auch den Aufkleber schon dazu, der dann halt uns darauf hinweist von dem Nummer 1 Actionfilm Triple X und dann halt auch von dem Album Mutter, Feuerfrei in Rot und Rammsteinloge in Rot und dann auch die Pistole, die uns dann mit dem Lauf entgegenkommt und sonst weißer Hintergrund. Von der Seite haben wir dann dieses Bild, kriegen wir dann noch irgendwie schön scharf rein hier. Da. Ja, einmal perfekt. Wunderbar. Und dann haben wir hier die CD drin. Die CD sieht folgendermaßen aus. Ist weiß gestaltet, auch hier Feuerfrei und Rammsteinloge in Rot. Information und sonst weiß. Also viel zu entdecken gibt es hier auf der CD nicht. Dann haben wir hier hinten noch einen Aufkleber, die Copy Control. Kann man sich auch durchlesen, wenn man Lust und Laune hat. Dann haben wir hier auf der Seite den Inhalt, dass wir insgesamt sechs Tracks drauf haben. Also auch für eine Single schon ordentlich gefüllt. Dann Information und hier haben wir dann, ich würde jetzt mal auf Schneider tippen, der mit einer Zielscheibe auf der Brust. Dann halt, ach ja komm, schieß auf mich, schieß auf mich. Und hier oben auch nochmal Information. Haben wir im Inlay auch irgendetwas? Nein, weiß gehalten, da gibt es nichts drin zu entdecken. Also können wir auch wieder gepflegt hier rein tun. Jawohl. So viel zu Single Feuerfrei aus dem Jahre 2002. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.